Sie können nicht alles letztendlich wirklich bis in die dritte Nachkommastelle beherrschen, sondern es ist immer ein Teamwork. Sie sitzen immer mit mehreren zusammen, Sie sitzen mit Spezialisten aus dem Maschinenbau zusammen, Sie sitzen mit Spezialisten aus der Biologie zusammen und der Bioniker, die Bionikerin ist dann letztendlich so ein bisschen der Kommunikator, die Schnittstelle, die in der Lage ist, alles zu übersetzen und mit allen zu sprechen.